So, herzlich willkommen zu meinem Stream. Wir wollten jetzt mal eine Runde Ace Combat spielen. So, da sind wir am Start. Wir setzen die Story mal fort und schauen, was passiert. Wir sehen uns. Mihaly ist es schwer. Danke Gott, dass seine Großartig hier seine Großartig ist, um ihn zu helfen. Sie sind 15 und 10. Wir haben den Krieg in den Kampf, damit wir den Physiologischen Daten nutzen können, um die Dramatik zu verbessern. Er hat immer eine Rolle auf Mihai's Körper genommen. Aber heute war er wirklich seine Zeit. Die Dronen, die wir auf seinem Daten haben, wurden auf eine schneller Zeit genommen, als wenn die Krieg begann. Als Mihai das herauslegte, hat er versucht, zu fliegen zu den Fronten, um ihn selbst zu sehen. Manchmal kann er so stolz sein. Seine Zeit war nicht die einzige, die seine Gesundheit verletzten. Über die Jahre, fliehen in hohe altitudes für proletzten Stunden, und rief und verletzten seinen Körper. Aber er war ein Mann von Grit. Heute, nach 28 Jahren, er wiedersehen, wenn seine Flugzeuge noch nicht gut genug um ihn zu schützen, ich kann nicht vorstellen, wie viele G's er hat heute, während der Krieg. Als Pilot, er übernimmt alle unsere Erwartungen. Es dauert ein bisschen mehr oder die Erwartungen, bevor sie die Dronen verletzten, wie sie ihre Dronen in der Welt, dann korralte es alles in einem Ort. Das würde dir eine ziemlich gute Idee von was der Luft riecht hierher. Wir haben auch alle Fälle von Kürtlern. Alles aus flea-ritten Gärten, rabid-Dogs, und ein Mechaniker, der sich in der Leben verbreitet. Ich kann nicht vergessen, die Rats. Ja, wir haben diese. Und einige Piloten, die ihre Wände auch geflogen haben. Ein guter Piloten, aber ein Laufbein. Ein gambler, mit kein Glück. Und einer ist ein Anarchist mit keinen Balls. Der Job hier war, um die Fahrzeuge auf den Fake Runways zu drehen. Die Idee war für Erugia's Spy-Satellite, um die Heatsig zu holen. Selbst wenn es keine Real-Fighter hier gibt, es sah wie es auf der Infrared. Ich glaube, Sie fragen sich, wenn Erugia die Kriege verloren hat, warum sie noch ein Spy-Satellite haben? Weil jemand da oben war smart genug, um ein paar Computer-Nerds zu trainieren, um eine halbe von Osia's Satelliten zu hacken. Das ist das Problem. Every now and again, ich versuchte, um rauszeln. Und jederzeit, diese Sand-Dogs, würde mich direkt zurückziehen. Als ich in meine Hälfte hörte, ich hörte diese Musik aus der Garten. Es war die Erugia der Prinzessin, die ihre Menschen auf der Erugia nationalen Broadcast. All uns prisoners haben sie großartig gefühlt. Willst du hören etwas lustig? Die Garten waren auch großartig gefühlt. Ich versuchte Gott, jede Zeit, wenn sie auf der Garten war, sie würden auf der Garten auf dem Radio aufstehen und sitzen da, zu hören. Ich kann sehen, wie jemand wie sie sie kann mit den Hörern und Geheimen von Soldaten und Arbeitern zusammen. Wenn die Prinzessin gesagt hat, sie kann sagen, dass sie jede Wort hat. Letztendlich hat sie mehr Spaß mit ihren Sprachen gemacht, und das macht sie noch mehr Charme. Man könnte sagen, dass ihr Charme wie ein Virus war. Wenn sie mal was mit Osia gab, die Prisnerinnen in hier gingen waren. Hell, wenn jemand wusste, wie viel Osia war, waren die Prisnerinnen. Sie sagten, Burn Osia Down. Kein Weg, dass ich hier sitzen und in diesem Hellholt. Dark blue. Insofern zu bauen falsche Pläne, um Erujia zu trinken, werde ich einen bauen, der wirklich ausfällt. Du kannst auf das counten. Gewagte Aussage. Die Prisnerinnen und Erujia zu machen. Wie klar ist, durch die Verzweiflung unserer vorherigen Strategie zu verabschieden, die Arsenaubirde haben die Anzüter der Antifahrung des Erwärts verabschiedet. Das wird schwierig zu übernommen. Aber wir müssen noch schnell nach dem Erwärtsspieler, egal was es braucht. Es gibt jemanden, die uns zu stehieren. Der Hero der Circumpacifik-Ware und der Mann, der die Verkaufstung des Erwärtsspieler. Osia's former president, Mr. Harling. Mr. Harling was inspecting the elevator when the war broke out. He's been classified as missing since the elevator was taken over by the Yerusha forces. However, according to the latest intel, a military officer accompanying Mr. Harling hid him inside the facility. Both are waiting for a chance to escape. Enemy anti-air radar network has been set up around the space elevator. It's likely a large squadron will be detected. We will send a single aircraft through the network and send in a rescue team soon after. A number of anti-air radars have been set up around the space elevator. However, a reconnaissance suggests their network is weakest along the southeastern coast of Selatakura. So we can elude the enemy's observation. There are a lot of rain clouds this time of year. Flying through the clouds will enable us to stay hidden from their radar. If you happen to be detected by their radar, we will be forced to abort the mission. The lone pilot will head up this strategy as you, Trigger. After you bust through, secure the rescue craft's landing zone by taking out the anti-air weapons. Gollum and others will arrive shortly for support. Provide escort for Mr. Harling's craft after rendezvous. Good luck out there. Never. Ich glaube, das ist diese allumsagende Mission, wo man das machen muss. Ich glaube, in jedem dieser Ice Corpeteile hat man so eine Mission, wo du so ein Radar herfliegen musst und einmal diesen Tower fliegen musst. Na, dann ist wohl jetzt der Zeitpunkt gekommen. Sehr geil. Okay. So, dann nehmen wir, glaube ich, schon ein Radar. So ein Eisbegehrten F14 oder vielleicht haben wir was Neues mittlerweile. Wie viel Kohle haben wir mittlerweile? 124.000. So eine MIG ist auch schon geil. Komm, probieren wir mal eine MIG aus. Ja, komm. Was haben wir denn hier alles? Ah, die können wir noch draufpacken. Da haben wir noch Geld für. Ja. Okay. Ich hätte Stabilität beim Rollen. Wir können ein bis vier Ziele auslösen. Ich glaube, wir können halt eh nur mal eine so eine Waffe auslösen, meine ich. Wo kann man das denn hier auslösen? Ich glaube, das geht jetzt eh bei der Mission selber. Mission starten. Dann nehmen wir mal die MIG. Und diese... Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir die jetzt gerade brauchen, aber... Oh, komm. Schon sieht auf jeden Fall sehr geil aus, das Flugzeug, muss ich sagen. Entfernung. 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 Imposing radio silence. Wir radioieren Sie, aber Sie sind nicht verabschiedet. Sie sind zu machen. Wenn Sie spotten, die Mission ist vorbei. Bleib aus dem Radar von敦igen. Use von Weaponen ist auch strictly verabschiedet. Okay, du gehst auf die Harling-Rescue-Mission. Der Erfolg dieser Mission beträgt auf dich, gute Glückwunsch. Da muss ich jetzt mal meine ganzen Skills in die Hand stellen. Ich habe jetzt irgendwie gebacken müssen, übrigens. Oh, ich bin schon zu tief. Ich weiß gar nicht mal, ob wir überhaupt hin müssen. Ja, ich weiß nicht. All right. Ich bin schon mal gut, aber ich weiß nicht. Ich bin schon mal. Ich bin schon mal ein. Ich bin schon mal ein. Oh mein Gott. Ich bin schon mal. Das ist mir wirklich. Ich weiß nicht, was ich? Es wird nur dich und dein Radar sein. Jetzt wissen wir, wir haben ein paar Leute vor dir. Und ich will sie. Wir haben drei Punkte in der Weg. Wir haben einen langen Kampf. Wir sind bereits nach Hause. Harling ist immer der Präsident in meine Augen. Er hat sich vor, gebaut einen Raumschiff, und er hat einen Raumschiff. Okay, ich glaube, wir sind ab. Ich glaube, wir sind ab. Verdammt, doch besser die Luftschroden-Rakette eingefreift. Missile. 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 H2, Target destroyed. Middle. Missile. 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 Trigger. Sorry about that, Philippe. Cavalry is hier. Column Squadron. Trigger, jump through the fire. Now it's our turn. Understood. All aircraft, eliminate the enemy before they can respond. Sea Goblin will arrive shortly. Eliminate hostile anti-air before that. H2, target down. This is Sea Goblin. We've arrived. Should we have a clear LZ? Mission still in progress. Standby. Particle. Locked. Missile. H2, missile launch. Missile. Half of the SAM sites are down. Missile. Mage 2, rescue team can't land until anti-air weapons are down. Destroy them. Missile. Half of the anti-air guns down. Wieso? Wärten echt besser, wie das Frohno-Kipp eigentlich. Aber so kriegen wir's ja auch. Na, kommen wir noch mehr Plot hier. Wo sind sie denn? Ich bin nicht so schnell. Na, komm. H2, drei, vier, 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 vier. Let's see what the gets. Up gets. Fuck. All anti-air guns destroyed. Landing zone is secure. Sea Goblin, we're clear to land. Roger. Run in point sight. All is now. Multiple bandits over Sela-Tapura harbor. Their container launch to UAVs. Sela-Tapura, we're going to be on two BIVs. Rescue craft tag on. Initiate. Rescue craft on the ground is defenseless. Gollum and Mage, destroy all hostiles. It's been a long journey, but you're on the home stretch. Gargoyle will stand by near the space elevator. Caution. Pull up. Sea Goblin, heading over to the ex-president location now. Run for the container! Caution. Gollum. Gollum. Move in. Fox 2. Target eliminated. Cut. In gun range. We're swarming. There's no way we can provide adequate cover. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Das war's.